hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei seven days to die ravenhouse wieder mit dabei der extreme moin und er hat eine überraschung ja er ist da sehr nice verbettes verbesserter schmiede oben ja nice vor allem ist der viel größer beim letzten mal war das so ein baby ding als wir das schon mal gesetzt hatten und weiß was ich da drin machen kann was denn das sieht vereblich aus irgendwie mit der ich kann jetzt ein barbecue grill machen noch ein barbecue grill noch ein und noch ein ihr verschiedene ja also ich möchte schon mal ein bisschen eisen rein war ja also da kann jetzt ruhig eingeschwitzen werde ich habe jetzt hier bei der anderen habe ich alles raus geholt beziehungsweise es ist noch zu gange müssten wir bei zeiten mal da können wir sogar beile machen okay ich versuche jetzt mal hier die konnten koch haben ja genau den können wir jetzt auch selber machen das ist ja und wir lassen wollen ja ich verschiebe meine hier da reinzuschauen denn ich habe jetzt ein wichtigeres vor ja ich weiß extrem guck doch mal rein macht doch mal nein ich muss die stacheln unten machen denn tag 14 rücken ja und wenn wir das nicht hinkriegen dann ist die wunderschöne ford spinnarsch der strenge böse extrem mal wieder aber es muss sein wir müssen 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 und dann schreiben ich habe jetzt so ein zubereitungstisch gekraftet ok jetzt können wir nämlich schinken speck und so kann ich machen aber dafür brauchen wir weißes fleisch ja also fett tier jagen noch gerade einmal schinken mit speck aber für mich müssen hier unten für mehr sicherheit sauen kitty ja nach dem kochen das messer zu zücken mache ich das mal eben so geht es ja da müssen wir ja alles aus starren machen du hast doch die stahlschaufel ja ich komme mal hoch wo mir deine stahlschaufel ab und haben wir noch mal kaffee tee oder irgendwas ab was ich hier schneller buddeln kann weil das muss ja alles weg das muss alles weg wenn der dieses lernsymbol ausgegraut ist dann hat man so nicht gelernt kann sein ja dann hat man es noch nicht gelernt ja ja ficken was 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 so jetzt gibt mir hier deine schaufel dann esse ich den schenken speck so warte willst ein paar eier haben die kunden sehen dann esse ich halt den bacon so nach den köstlichen gaumenschmaus ja ein paar spiegel eier ne schaufel in meiner dachten sagt hier und der wollte zenten auch machen ja was die schaufeln geschmissen wenn mein inventar zurück hast du ja jetzt habe ich so gut so schaufel ist am stüssel jetzt gucke ich noch mal eben während hier grandioserweise ein krankmann mit der tür dann geht es gibt noch ein paar überlebende die wendet gerade weg transportiert so mega crash verbesserte werkbank bitte ja jetzt haben wir gerade mal die advanced forge gemacht da ich will die werkbank ich will angeln ja erst mal wir müssen wirklich jetzt nach der verteidigung schauen jetzt müssen wir das scheiß drauf nein wir müssen das jetzt machen doch es muss sein also das haben wir alles am stüssel was muss das muss kiddie na gut da wollen wir mal wieder so klampottenkiste pack ich da da loset chili essig so geil heute chance brauche ich nicht so grain alkohol ja gut ihre jagen ja ich gehe holz farmen ja da wollen wir auch einiges von ein bisschen zu hell mit dem licht noch ach hallo madame wir haben uns ja lang schon nicht mehr gesehen merci beaucoup ach komm dann nehme ich halt die knüppel wenn die pfeile durch die durch fliegen hä ich habe doch der alkohol genommen ist ja nicht wirklich gebast hier und es müsst wie du komm her hast du nicht gesagt doch sofort verzögelt sich wenn du tausend abonnenten hast das ist so alles so mühselig hier ja der alkohol habe ich echt eine menge gemacht nicht gar nichts so gefühlt echt nichts von oben holen das bringt ein bisschen was ich wollte noch mal gucken meiner 69er kann ich erst wenn ich meine tot auf level 10 habe ja gut das dauert noch ein weilchen noch drei level und reinstecken nee ich hätte da nicht genug punkte um das überhaupt zu scannen also von daher es lohnt sich gar nicht viele punkte ich muss halt noch ein level steigen viele noch ein level steigen ja so sieht das aus jungen waaas oh ja das ist so mühselig ey das hat wenn du ein erdklumpen weg buddelt das dauert irgendwie gefühlt zehn jahre ja das krass ne ich und mein holz ich und mein holz ja ich werte das glaube ich erst gleich auf wenn ich mich raus bewege ja mach das mach das das war jetzt sowieso nicht so krug oder kann ich hier lang ja doch dann könnte ich da hinten schon mal auf werden das geht boom 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 bom 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 ba um Das geht raus da ich brauche ich brauche Musik beim回z hatten nein Doch, hau mal dein Pudi-Pudi rein, komm. Diese Zombie-Apokalypse ist schon schlimm genug, Kili. Aber bitte, quäl mich nicht noch. Warte, ich ruf den Sponty-Mann, der macht dann mit. Ja. Ihr zwei. What I'm Talking Remake, ey. Ja. Sherry, Sherry, Zombie. Ja. Ah, eure größten Hits. Ja. Ah, ich vermiss den Sponty. Der Lappen ist nach Level 3 hier, ne? Teddybär schreibt, gleich laufen euch die Abonnenten weg. Dieter ohne Thomas ist auch nicht besser. Ja, das stimmt, das stimmt. Soll ich weiter machen? Okay. Nein. Bitte. Let's stirb live mit Extreme. Ich brauche... Holz. Ja, das gleich auch, aber Eisen fehlt jetzt schon. Schnell und elegant Eisen hier. Ich glaube, wir kriegen die jetzt nicht wirklich irgendwie auf Eisen alle aufgewertet, also... Ach komm, die Horde wird eh wieder lächerlich. Na ja, wir werden sehen. Höchstwahrscheinlich. Hä, wieso kann ich denn... Was ist denn das hier? 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 Hä? Hä? In einem Kreisrennen war ein Baum abbauen. Geil. Ja, das war ein sehr schönes Erlebnis. Ja, glaube ich dir. Das glaube ich dir sofort. Wie verzögert das hier immer ist. Wie verzögert das hier immer ist. Ich werde das auch, wenn du eine Sekunde später ist, das ist jetzt aufgewertet. Ja. Da war's. Wusch. So. So, ich kann kein Holz mehr hacken. Zombie. Ich hab dafür jetzt keine Zeit, okay? Lass das sein jetzt. Nein, bockst. Ich muss sie den Raum. Los, jetzt hier. Hi, Zombie. Ähm. 20 baumstürmer habe ich noch 20 stück nur hier liegt ein rucksack hat es leer eigentlich was wir jetzt mal gut gehen ja rein theoretisch schon aber wir müssen jetzt echt mal gucken dass wir die verteidigung haben also luten müssen wir danach definitiv also auch vor der wurde gerne noch mal und danach sowieso uns fehlt einfach alles wir haben so wirklich noch gar nichts und dann diesmal nicht so viel abfahmen sondern so viel abfahmen eisensäule kaputt machen und sowas doch eigentlich genau das wir brauchen halt eisen wir haben halt auch gar kein eisen oder wir müssen meine mine anfangen oder was oder wir finden einen in der wüste oder das aber wir können natürlich jetzt auch noch sehr gut und profitabelheit sachen auseinandernehmen die wir halt so finden an eisen solange sie da noch so vorhanden sind irgendwann ist halt auch das wichtigste und gröbste in der stadt oben weg und dann ja dann bauen wir unseren turm ab von oben nach unten also ungefähr weil wir da nichts mehr haben was wir sonst abbauen könnten jetzt eigentlich mal unsere bäume oben gewachsen das würde mich interessieren mich interessiert jetzt wie es mit dem energy aussieht der guck mal ich bin so schnell ich sehe nicht mehr ich habe gar keinen mehr wird mal einer mitgenommen die wirkung ist aber schon wieder weg also von daher wird nur ein paar sekunden oder du und der ist neben mir lang geflogen ok wieso ein formel 1 wagen haben wir vorbei sind nice nicht täglich fängt daran schon die bäume wieder setzen ja ja letztes mal habe ich das vergessen habe die baumsamen nach unten gebracht aber diesmal setze ich die die baumsamen da würde ich eben mal eben schauen ähm noch mehr baumsamen noch mehr baumsamen ich schieße voll daneben schon wieder machen wir das so ich letze die dinger dann erstmal und du wehrtest die auf oder was weiß ich kann nur holz aufwerfen ja ja ich hab jetzt auch kein eisen mehr wir haben auch allgemein gar kein eisen mehr ja ich habe eine shotgunpatrone gekriegt ja ich auch geil so ähm ja von den normalen spikes habe ich jetzt gleich alle gesetzt dann hey bauwerkzeug ist auf level 15 dann setze ich gleich noch diese dünnen spikes bin ja mal gespannt wenn die halt aufgewertet sind ob man da schaden kriegt oder nicht das ist irgendwie ich weiß nicht ob die buggy waren ich habe keine ahnung sonst ist das herausfinden allgemein so oft wie ich die steine gekloppt habe ich da nur noch 170 auf reserve übrig das ist nicht wirklich viel ach so ja ich habe hier advanced forge die forge ja gebaut ja gut aber man kriegt auch so viele nicht raus ja und die advanced forge hat glaube ich 200 stein gekostet jetzt oder so also schon ein bisschen was die habe ich noch nicht mal besessen so dann fange ich mal weiter manchmal weiter mit dem ruhig aufgehört hatte mit der schweiz mit der wundspikes wette auf ja da hinten müssen auf jeden fall aufgewertet und repariert werden genau hier hatte ich die einmal rum gesetzt aber nur eine stupe ne ja ja das kostet ja sonst eisen das haben wir ja nicht sind wir ja positiv du 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 jo 20 holz kostet das das ist schon ne menge ich bring mich hier nur selber um stachels ach diese spikes jetzt sehe ich die 19 leben ja das ist doch gut 19 leben definitiv mega gut hat hier kein wäsch ach so ja hier muss ja noch gut hier muss ja noch gebuddelt werden oh ja habe ich noch irgendwas zum heim da außer die bandage die will ich jetzt nicht verwenden nicht wirklich hast du tabletten dabei aber oben sind abletten okay dass das aufwerten dass das geht fix mit den bauwerkzeugen dann und gerade erst auf 15 jetzt bin ich schon auf 16 hoch ja das stimmt steigt man ganz gut auf hatte ich jetzt eigentlich das ganze holz schon umgewandelt ja hatte ich aber ich habe die baum sahen wieder nicht gesetzt nach extrem das muss nicht so ein sponty sein so hab ich sie mal hier vor der tür gesetzt 500 holz aber die stahlschaufe werde ich gleich wenn sie kaputt ist trotzdem scrapen bzw so in den ofen legen weil dies nur 31 das lohnt sich nicht gerade kann die scheiß dinge auch aufwerten ja ja das sind ja die mit eisen ja ja das meine ich ja damit so sind auf anderen seite schon was der wahret schaufel ist hinüber was würde ich denn für scrapen kriegen oh 300 mal dann scruff ich die so 300 mal kriege ich dafür äh scrap iron das lohnt sich das ist ein kreishorn oder was ich hoffe nicht ich will noch die letzten stach einsetzen dann wären wir damit nämlich fertig dann hätten wir erstmal für sicherheit gesorgt klar natürlich nicht aus eisen die ganzen sachen aber immerhin schon mal besser als nichts ist nicht ist nicht eine kreishorn und zwei ach so die bundesicht dadurch stein durch ach so ja ich habe weder feile noch munition also ich habe nix mehr und ich habe noch zwei feile war noch 22 eisen feiler die möchte ich jetzt also am nächsten tag sollte definitiv looten gehen ja heute haben wir für sicherheit auch gesorgt mehr können wir jetzt erst mal nicht machen und looten müssen wir halt alles über brüche oh voppelnest oh ein ei gut und zehn minuten zu tun können wollen wir draußen bleiben noch mal diese fetten töten ich habe doch nix mehr killi ich hab doch nix mehr killi ja womit soll ich die kämpfe ich habe noch ein neues zu leben ja dann gehst du hoch holst du leben und dann ohne fernkampfwaffe ja klar machen wir doch werden die dich anzünden aber doch die muss ich nicht hitten lassen ja genau weil es läuft ja auch ohne lex und so ne ja ja also viel spaß ich bin schon drin typisch killi so aber wenn ich so auf die timer guckt ist auch die folge schon vorbei wenn ihr sich vom extrem sehen wollt er sachen gesetzt hat und repariert hat link in das in der beschreibung wir sehen uns dann in zwei tagen wieder bei der neuen runde 7 days to die rave mast ciao ciao tschüss